Jungs vs Mädchen Thema, als Friseur arbeiten Wenn die Mädchen als Friseur arbeiten So, also wie genau, willst du deine Haare geschnitten haben? Also ich würde gerne mal was Neues probieren, okay? Ah, du brauchst nichts weiter sagen, ich weiß ganz genau, was du haben willst 20 Minuten später So, und der letzte Schnitt, so, und wie findest du's? Äh, was, was ist los, hä, wie bin ich hierher gekommen, also Wenn die Jungs als Friseur arbeiten So, heute bin ich für sie zuständig Warte, Tim, du bist heute mein Friseur? Ach, Herr Lehrer, machen Sie sich doch keine Sorgen, ich hab schon sehr viel Erfahrung gesammelt Naja, ich wollte eigentlich meinen Scheitel kürzen lassen Okay, den Scheitel kürzen lassen, das sollte ich hinkriegen Wenn du deinen Job gut machst, bekommst du vielleicht sogar eine gute Note von mir Hahaha Okay, da ein bisschen weg und da ein bisschen und Äh, äh, ups, äh Na, ich hätte es wissen müssen Ähm, bekomm ich trotzdem eine 1? Du bekommst von mir einen dicken, fetten Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da Und schaut auf meinem Discord-Zurber vorbei Der Link ist in der Videobeschreibung oder der TikTok-Bio Ich hoffe, wir sehen uns